Was ist ein Nierenkrebs? Ein Nierenneoplasma ist ein abnormales Wachstum oder ein Tumor, der entweder gutartig oder bösartig sein kann. Diese Neubildungen treten normalerweise während einer Ultraschall-Magnetresonant-Tomografie oder Computertomografie-Untersuchung auf, bei der die inneren Organe aufgrund von Problemen mit den Nieren oder einem anderen Organ untersucht werden sollten. Flüssigkeitsgefüllte Geschwilste werden oft Zysten genannt. Während feste Geschwilste auch Tumore, Massen, neoplastische Zellen oder Neoplasien genannt werden können. Zystenähnliche Neoplasmen, die gutartig aussehen, werden normalerweise nicht behandelt, können jedoch periodisch neu bewertet werden, um Änderungen festzustellen. Dichtere Nierenneoplasien sind mit größerer Wahrscheinlichkeit bösartig und erfordern in der Regel entweder einen fortgeschritteneren bildgebenden Scan oder eine Operation, um eine Gewebeprobe für eine pathologische Untersuchung zu erhalten. Sobald ein Nierenneoplasma mithilfe eines bildgebenden Scans identifiziert wurde, hängt die Vorgehensweise von der Konsistenz der Maße ab. Tumoren, die einer Zyste ähneln, werden normalerweise nicht behandelt und regelmäßig auf anatomische Veränderungen untersucht. Alle konzentrierten Tumoren mit festem Kern könnten bösartig sein und weiterer Untersuchung bedürfen. Einige Ärzte bestellen möglicherweise zunächst fortgeschrittenere Scans wie dreidimensionale Computertomographiescans, CT-Urographie, 3D-Magnetresonant-Tomographie-Angiographie oder ein Pielogramm, um die Zusammensetzung oder Vaskularisation der Maße besser zu erkennen. Ein Nierenneoplasma der Niere, das fest ist, krebsartig aussieht oder 3,5 Zoll oder mehr beträgt, ist in der Regel krebsartig. Diese Maßen neoplastischer Zellen erfordern eine invasivere Überprüfung, um festzustellen, ob die Zellen bösartig sind. Der Arzt kann eine Urethakopie, eine Urinanalyse, eine Feinnadelbiopsie der Region oder sogar eine Operation anordnen, um eine Probe des Tumors zu erhalten. Die Behandlung eines malignen Nierenneoplasmas hängt von der Größe des Tumors, den Symptomen des Patienten, anderen Erkrankungen des Patienten sowie dem Gesundheitszustand und der Familienanamnese des Patienten ab. Kleine Tumoren, die nicht metastasiert sind, werden oft mit einer teilweisen Neprektomie oder Entfernung nur eines Teils der Niere behandelt. Ein fortgeschritteneres Nierenneoplasma kann mit einer totalen Entfernung der Niere behandelt werden, die als radikale Neprektomie bezeichnet wird. Dies ist möglich, weil der Körper zwei Nieren hat. Einige Neoplasien können auch mit einer als percutane Kryoablation bezeichneten kalten Sonde oder mit einer als percutane Hochfrequenzablation bezeichneten heißen Sonde mit Ablation oder Zerstörung des abnormalen Gewebes behandelt werden. Gutartige Nierenneoplasien haben selten irgendwelche Symptome. Gelegentlich verursachen jedoch gutartige Nierenneoplasm Nierensteine, häufige Harnwegsinfekte, Rückenschmerzen, Blut im Urin oder erhöhten Blutdruck. Auch bösartige Nierenneoplasien haben normalerweise keine erkennbaren Symptome, können jedoch gelegentlich Gewichtsverlust, Blut im Urin, nagende Schmerzen im Rücken oder an der Seite, Müdigkeit oder Fieber verursachen.